13 Aktividades Tätigkeiten 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 Was macht Martha? Was macht Martha? Was macht Martha? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. 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 Wo ist Martha? Wo ist Martha? Wo ist Martha? Wo ist Martha? In el cine im kino im kino im kino Ella está viendo una película Sie schaut sich einen Film an Sie schaut sich einen Film an Sie schaut sich einen Film an Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Er studiert an der Universität. 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 Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Er studiert an der Universität. 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 Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee.